Also als erstes möchte ich nochmal zum Namen des gesamten tunesischen Volkes in Tunesien, außerhalb Tunesien, Anonymous danken. Anonymous waren die Einzigen, die uns geholfen haben. Anonymous hat sämtliche Regierungsseiten gesperrt, als die uns das Internet gesperrt haben, damit wir keine Informationen bekommen. Anonymous, danke! Und wir wollen euch sagen, dass ihr Wittreiter gefunden habt und dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die noch in Unterdrückung leben. Und dass ihr uns gewonnen habt, euch bei diesem Kampf zu unterstützen gegen all die Dichtertoren, die es noch auf dieser Welt gibt. We will never forget, we will never forget, we are Anonymous, we are a Legion. An uns Tunesier, erstmal an die Tochtergebundes Samhona, Samhona, die in Nahna, warte, angekommen. Verzeiht uns, dass wir so weit weg von euch sind. Wir wären so gern bei euch, seid von der Seite. Aber jetzt, meine lieben Geschwister, jetzt ist es an uns. Unterstützt eure Familien, unterstützt eure Nachbarn. Unterstützt die Schuhada. Sammelt Geld ein. Wir gehen gleich rum, ich gehe gleich rum. Mit einem kleinen Korb, mit einem kleinen Korb. Sammelt Geld ein. Wir sorgen dafür. Oder wir gehen das an die Ordner. Wir sorgen dafür, dass das an die Familien der Schuhada kommt. Und Allahu Akbar. Und scha'allah sind wir beide, insha'Allah. Und scha'allah sind wir beide, insha'Allah.